Wenn wir wenig Erfolg zeigen, wollen wir nun auf andere Weise ein Zeichen setzen, dass es auch weiter eine Zeit in Köln geben wird. Wo die Kalk einen wichtigen Platz für unkommerzielle Veranstaltungen und auch in Omenpolitik einnimmt. Trotzdem, oder gerade deswegen, will die Stadt an ihrem Plan festhalten, das Azent zu schließen und abzureißen. Alle Gesprächsversuche unsererseits werden deklariert und blockiert. Und wir lassen uns nicht locker. Wir wollen nach mehreren Jahren Arbeit für ein Autosystem, untellige Transparenz und Bauarbeiten, und freuen uns, um ein klarer Städte zu uns, um dieses Autos zu suchen und ein Autosystem. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 Durch unser wirtschaftliches Handeln zerstören wir jeden Tag mehr unsere eigenen Lebensgrundlagen. Der Kapitalismus befindet sich zur Zeit in seiner schwersten Krise seit 80 Jahren. Aber statt einem Umdenken werden die alten Rezepte umso brutaler durchgesetzt. Es wird nichts an den Mechanismen verändert, die zu dieser Krise geführt haben. Im Gegenteil, in ganz Europa findet ein großer Griff auf die sozialen Sicherungssysteme statt, für die ein Jahrhundert lang gekämpft wurde. Wir werden das nicht hinnehmen. Wir werden neue Formen des Zusammenlebens aufbauen, ohne die Zwänge und Hierarchie in dieser Welt. Wir werden das nicht hinnehmen. Wir werden das nicht hinnehmen. Vielen Dank.